hallo und herzlich willkommen hier zurück bei minecraft infinity underground so wir können den haben wir noch nicht bauen wo ich jetzt hier das eisen durch geschmelzt haben wir brauchen die werkzeuge so müssen das eisen nach unten machen und jetzt können wir zumindest das mal fertig gießen und das können wir dann hier auch mal alles einräumen das heißt wir müssen jetzt noch eisen fahren mit vier eisen kommen ja ich würde sagen ich nehme mal die fackeln in die hand das tun wir hier noch in die kiste rein das geht nicht hier alles in die kiste rein das auch das land stein und dann machen wir mal hier licht und hier oben haben wir ja eisenerz das baume gleich mal ab wir brauchen sehr sehr viel eisenerz noch weil wir müssen leider dieses bauen wie heißt es ja schon kaputt naja und jetzt auch noch eisenerz habe ich gerade gesehen hoppla sollen wir bauen uns mal schnell wir bauen uns mal vier steinspitz hatten und machen hier einfach weiter machen das alles ein bisschen größer hier das eisen haben wir gleich mit ja jetzt müssen wir wieder ein bisschen fahren dachte ich krieg das ist eigentlich diese folge hin dass wir da den hammer bauen aber es sollte nicht so sein ich hoffe auch mal dass mir diamanten finden dann können wir uns nämlich die abbauerei auch bald sparen weil dann lassen wir uns das abbauen wie das werben wird ihr noch erfahrt ich werde aber keine query oder sowas erst mal bauen sondern das deutsch überraschend ich habe da schon was in planung vielleicht noch mal sieben das reicht hinten und vorne nicht machen wir mal hier wieder bis hell und bauen weiter ab muss eben die richtung ich würde sagen wir bringen den raum einfach mal wissen die größe die man auch erst mal haben ich brauche erinnerung bis zum platz wir müssen nämlich uns um unsere nahrungsversorgung auch gedanken machen da habe ich eine schaufel und zwar noch schnell eine schaufel hier nämlich die erde auch abbauen machen wir auch mal weg sieht doof aus und da bekommen auch schon wieder kupfer hier ist auch gut mitnehmen kupfer den baum auch ab ach nee das ist redstone und bauen wir natürlich mit eisenspitzhacke ab so und dann bauen wir uns dann bauen wir uns so schwert hoffe ich mal dass es nicht braucht redstone bauen wir natürlich mit eisenspitzhacke ab so okay dann gehen wir hier weiter mit der steinspitzhacke immer mal hier gleich mal frei ja das sind so die anfangen und ich dachte wir könnten uns jetzt dann da schon schön den hammer bauen naja was haben wir hier rubinerz rubinerz baum das eisenspitzhacke so so das auch noch wie erz nehmen wir auch mit so auf der hoffnung dass wir noch ein bisschen eisen finden ein bisschen ist gut brauchen ziemlich viel wir brauchen für die werkzeug esse eisenspitzhacke und zwar 36 eisenpitzhacke wir haben sieben so und mach hier mal wieder ein bisschen licht ja da kriegen wir schon die nächste eisenpitzhacke steinspitzhacke nachgereicht jetzt gleich wieder ein bisschen dunkler mach mal gleich auch wieder hell hier und da haben wir eisen sehr schön her damit alles haben rubinerz naja es wird es wird es wird es wird zack das eisen werden wir natürlich hier gleich mit unserer schmelzerei rein machen gucken wir mal dass wir hier gleich mal ein paar blöcke gießen und da geht es weiter ja hier haben wir elektro team erz zinnobererz uranerz ich weiß noch wirklich nicht für was wir es brauchen aber wir bauen es halt mal ab so so eisen wir mal jetzt in dem bereich erstmal lieber aber naja das ist unser inventar schon voll und oder ne diamant das wäre natürlich auch was schönes da könnte man uns nämlich ihr wisst schon was ne ihr wisst ja noch nicht ich hab's ja noch nicht verraten und 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 das zeug da rein was man gerade nicht brauchen alles rein Fackeln brauchen wir das ist natürlich jetzt nicht glückssache kriegen oder kriegen wir keinen weißen da ist auf jeden fall wieder gold das holen wir uns nachher hier weiter okay und ein bisschen licht 1 ich brauche eisen ja ein bisschen eis bitte auch ein bisschen hier Oh, Eisen, sehr schön. Tun wir gleich in die Schmiede rein. Eisen, Eisen, Eisen. Sieht es da aus? Nein. Ach, weil es Gold wieder unten ist, brauchen wir ja Eisen. Eisenblöcke. Einmal. So, wir machen weiter. Ich hoffe, dass wir noch mehr Eisen finden. Also nicht salziges Eisen, sondern halt mehr in der Anzahl. Ja, das wird diesmal ein bisschen eine trockene Folge. Aber das gehört dazu. Das gehört einfach dazu. Ich habe das früher im Let's Play so immer zwischen den Folgen gemacht. Aber ich habe mir jetzt gesagt, wir ziehen das komplett gemeinsam durch. Ich werde nichts nebenbei tun. Das Einzige, was ich jetzt in der letzten Folge nebenbei gemacht habe, sind da diese zwei Türen hingestellt. Ich habe mir jetzt mal festgestellt, dass da niemand reinkommt. Nicht eingeladen ist. So. Alles schön. Einsammeln immer. Ich wollte mal gucken, was brauchen wir denn noch. Ja, das ist kein Problem. Wir brauchen nur die Eisenblöcke. Wir brauchen nur die Eisenblöcke. Wie sieht das aus? Jawohl, ist wieder einer fertig. Wir brauchen vier Stück. Wie sieht es hier drin aus? Es wird weniger. Oh, okay. Wir brauchen unbedingt noch viel mehr Eisen. Das ist alles wieder Stein-Spitz-Hacker. Ja, ja, ja. Ok es werde nicht und hier auch und weiter Eisen Ok Eisen Schmelzen Wie sieht es hier aus Hat nicht gereicht Ok Na ja Lassen wir weiter Oh was haben wir hier noch Ok Elektroninerz Na Das ist auch was wo wir wahrscheinlich nicht viel brauchen werden Ich baue wieder zu viel mit der Dings Axt ab So Hier wird so der Bereich jetzt dann erstmal entstehen wo wir schauen dass wir unsere Nahrungsversorgung Apropos Nahrung Wo habe ich denn unser Dings hin Oder Äpfel Hier Unsere Nachbarschaft ist wieder unterwegs So ich glaube in der nächsten Folge bevor ich hier weiter buddel werden wir uns um unsere Nahrungsversorgung kümmern Wir müssen das halt erstmal ein bisschen hinten dran stellen Aber ich buddel noch ein bisschen Oh Was haben wir hier Egal Da wird eingesackt Alles eingesackt Chaos Durchzogener Stein Hm Wer weiß Vielleicht brauchen wir es Vielleicht auch nicht Da sind da unten noch Elektrolyterz Jetzt brauchen wir mal ein bisschen Licht hier Chaos Durchzogener Stein Das habe ich die Fackel abgebaut Okay Noch was hier Nein Okay Dann fühlen wir das wieder auf Ich habe extra ein bisschen Platz gelassen zum Bedrock So Ich würde sagen unsere Eisen Steinspitzhangen die verbrauchen wir noch und dann gucken wir mal in der nächsten Folge weiter was wir dann noch machen Ich muss noch mal gucken Ich muss gucken einfach es tut mir leid Vielleicht vielleicht reicht es ja so abzüllen das ist unser dritter wird nicht reichen wird nicht reichen wenn es auch ein Holzschwert ist so abzüllen hier habe ich schon abgebautes Eisenerz hier auch ich glaube nicht dass ich oben noch Eisenerze habe ich habe keine ahnung was das für ein Viech ist da oben ist Eisen da oben ist Eisen da oben ist Eisen hier eingeladen jetzt auch noch ein eisen noch mehr dann müssen wir mal hier ausleuchten und dann holen wir uns das aua verschwindet ich hoffe es reicht gucken wir mal ob wir noch hier in der näheren umgebung was sehen ok wir gehen zurück und hoffen dass es reicht auch ich habe kein schwert mehr okay wir hauen ab ich hab kein schwer nein 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 ich frage ganz nicht gerade wieder Ali, hopp, ouch. war das hier immer hier runter hier ist auch noch eisenerz ok sind wir ich habe kein schwert verpiss dich ich habe kein schwert ich muss noch mal gucken wo waren jetzt hier der ausgang hier ja ja eine gefährliche gegend so eisen 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 gold wir brauchen ein schwert ein schwert ist das schwarzpulver okay da haben wir mal ein schwert wie sieht es da aus auf ja das geht ja nicht wir haben ja nicht mehr platz das müsste aber eigentlich reichen für den letzten wenn wir das haben dann ist für ist dann für diese folge mal schluss so auf auf und kaum auf ist doch fertig bist doch fertig bist doch fertig so perfekt eisen machen wir nach unten und dann diesmal wieviel blöcke haben wir drei sehr schön da machen wir uns jetzt dann auch wo habe ich es hin wo habe ich es hin da machen wir uns gleich mal ich will das fertig haben zack eins zwei drei okay und da haben wir es sehr schön so das war es so 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 nein fehlt noch einer ah nee eine Werkzeugstation brauchen wir okay das haben wir auch noch gleich Holz das haben wir auch gleich Holz ach ja ich verstehe zack und äh bratsch eine Werkbank so zack Werkstation so dann haben wir hier ja noch Schablonen drin leeren glaube ich jawohl eine möchte ich zack eine Werkzeugstation und jetzt brauchen wir das müssen wir es eigentlich haben ach so ja das ist da drüben hier ist das du kommst da hin und du kommst da hin und dann haben wir hier die Werkzeugesse ach genial so und du kommst natürlich da hin so und jetzt können wir hier unseren Hammer craften und das haben wir ja alles zack 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 äh kein Platz was haben wir denn hier drinnen die brauchen wir nicht so Hammer ähm zack 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 und zack und da haben wir wunderbar dann haben wir es geschafft diese Folge wir haben unseren Hammer gecraftet ich bedanke mich mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal ciao ciao ciao